Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Wodka-Fitz. Der Wodka-Fitz ist ein typischer Vertreter der Cocktailgattung Fisses. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 5cl Wodka, 3cl frisch gepresster Zitronensaft, 2cl Zuckersirup, Soda-Wasser, Scheibe Zitrone, Eiswürfel. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Tumbler Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben, Wodka, Zitronensaft und Zuckersirup dazugeben. Alles gut durchschütteln, in einen Tumbler abseihen, mit Soda-Wasser auffüllen, mit einer Scheibe Zitrone dekorieren, sofort servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! 136 just지�, Spiegerdell Setore hingew denied energy, damit, mit einer Ceindenlobte die Zitrone, seine Schuldigen muss auch nicht werden. Die Lücke Open scene Speichern 3 aber rot 1 2 4